Weihnachten steht vor der Tür und dieses Mal brauchen wir wirklich ein besonderes Weihnachtsvideo. Keine Weihnachtskekse, keine Weihnachtsbäckerei. Wir brauchen einfach neue, frische Ideen und dass diesmal bitter das Skript auch nicht in Bonn landet. Wie wäre es mit Unity Media als Aufhänger? Wir sind dieses Jahr zu einem echten Giga-Team geworden. Seit diesem Jahr ist Unity Media Teil von Vodafone. Diese Vereinigung hat den Startschuss für eine beispiellose digitale Infrastruktur gesetzt, mit der wir dank Kabel-Glasfaser-Power in Zukunft 25 Millionen Haushalte mit Gigabit-Anschlüssen versorgen können. Das nenne ich mal wirklich Giga. Ach ne Leute, das muss nun wirklich nicht sein. Da müssen wir schon wieder 1.003 Runden durch die Gruppe drehen. Brauchen wir das? Ne. Wie wäre es denn mit 5G? Wir haben die Zukunft fest im Blick. Als erster Netzbetreiber haben wir 5G in Deutschland gestartet. Und den ersten 5G-Call können wir doch da auch mit reinschneiden, oder? Meinetwegen. Aber dann sollten wir auch sagen, dass wir mit Igo die erste Fabrik mit 5G ausgestattet haben. Und Noemi, einer paralympischen Skiläuferin, haben wir ihre erste alleinige Skiabfahrt ermöglicht. Natürlich mit unserer Vodafone 5G-Technologie. Und wie wäre es mit Mission Green? Ist doch ein Top-Erfolg. Mit unserer Mission Green haben wir über 20.000 Bäume gepflanzt. Und schon bald decken wir unseren gesamten Energiebedarf von Vodafone Deutschland aus erneuerbaren Energien. Und mit Planet statt Plastik haben wir über 5 Tonnen Plastik eingespart. Auf die Porsche Formula E-Kooperation. Darauf freue ich mich am meisten. Wir als Vodafone unterstützen das großartige Takoya Porsche Formula E-Team. Mit Elektromotoren, mit Connected Mobility und mit Gigaspeed reizen wir jetzt auch noch gemeinsam die Grenzen des Machbaren und auch Möglichen aus. So, wie sieht's denn aus? Was haben wir denn für Ideen? Ich bin schon wirklich gespannt. Hannes, es ist so viel Tolles passiert dieses Jahr. Wir haben uns einfach nicht einigen können. Oder? Naja, so ist das eben manchmal. Ich möchte mich bei euch allen für ein weiteres gigantisches Jahr bedanken. Und nächstes Jahr wird mit Sicherheit genauso spannend. Jetzt habt ihr euch aber erstmal besinnliche Feiertage mit euren Liebsten verdient. Denn Familie geht vor. Auch bei Vodafone. Frohe Weihnachten und schöne Festtage. Ich freue mich auf das nächste Jahr mit euch. Es wird gut. Also was machen wir denn jetzt als Video? Wir machen doch das mit den Keksen. Das war doch cool, oder? Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.